Und Sarah, was musst du? Bäume fällen und pflanzen. Sarah fällt Bäume. Da ist so ein Spieler, der so einen riesigen Flügel über den Namen hat. Hat er wohl viel PvP gemacht? Ah, das kommt vom PvP, okay. Irgendwie bekommt man diese Todesaufnahmen. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Mal. Ich bin ganz genau. Vorabii, ich bin ganz genau. Von Wörter wird das Gefühl. Ich bin ganz genau. Ich bin ganz immer wieder. Dann gehen wir zum Wörter. Ich bin ganz genau. Wir sind ganz klar. Ich bin ganz klar. Der ist mit dem Wörter. Ich bin ganz klar. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.